Herzlich willkommen bei Kaffee Plus, heute aus dem Homeoffice. Ich habe einen Gast, der in der Schweiz lebt. Er ist Heilpraktiker für Psychotherapie, für Traumatherapie. Er hat verschiedene Bücher geschrieben, zum Beispiel der Vargus-Schlüssel zur Traumaheilung. Da geht es um ehrliches Mitteilen, wie ehrliches Mitteilen unser Nervensystem reguliert. Ein spannendes Thema. Um Ehrlichkeit geht es auch in unserem Gespräch heute und ich begrüße recht herzlich Gopal Norbert Klein. Hallo Katrin. Ja, ehrliches Mitteilen, da möchte ich doch gleich ein paar Fragen zu dir selber stellen. Wir sind beim Du, wir haben uns am Telefon schon auf das Du geeinigt. Ich fühle mich da persönlich auch immer ein bisschen wohler. Du hattest mir im Vorgespräch erzählt, du bist schon mindestens 30 Mal umgezogen. Jetzt lebst du in der Schweiz. Was ist denn für dich Heimat? Heimat ist natürlich ein vielschichtiger Begriff. Zum einen brauche ich natürlich wie der Mensch auch, was die physischen Grundbedürfnisse angeht. Dach über dem Kopf, Wärme, Essen und so weiter. Sicherheit. Aber Heimat für mich eigentlich ist das, was zwischen uns ist. Der Kontakt zwischen uns, das ist für mich die eigentliche Heimat. Das heißt, wenn ich diesen Raum betrete, der ist zwar immer da im Prinzip, aber der ist eigentlich, jetzt sagen wir mal so für unerleuchtete Menschen wie uns, eher nur erfahrbar, wenn wir wirklich einen direkten und vollständigen Kontakt mit einem anderen Nervensystem haben. Und das passiert eben, wenn wir uns gegenseitig die Wahrheit über unsere inneren Vorgänge sagen. Und dann passiert was mit dem Nervensystem und in der Folge mit unserem Erfahrungsraum. Und das ist das, was für mich die eigentliche Heimat ist. Dann fühle ich mich zu Hause. Das hat also nichts mit Orten eigentlich zu tun, wobei ich natürlich schon am liebsten hier in den Alpen lebe. Das stimmt schon. Aber das würde mir nicht helfen, wenn diese Verbindung nicht möglich wäre zu Menschen. Wenn ich hier allein isoliert leben würde, dann würde mir die Berge auch nichts geben oder nichts nützen. Und umgekehrt, in der schlimmsten äußeren Umgebung, wenn ich da die Möglichkeit habe, mit einem Menschen ganz verbunden zu sein, dann bin ich zu Hause. Also die Menschen sind eigentlich das Wichtige, oder? Oder die Menschen, mit denen man in Beziehung gehen kann. Oder wenn man einen Partner hat, wo man sich wohlfühlt, dann ist es egal, wohin mit dem man geht, oder? Habe ich das so verstanden richtig? Ja, wir haben halt, unser Organismus hat wie so eine Kaskade an Bedürfnissen. Und ich sage mal so, die Überlebensebene, die ist für die meisten Menschen hier erfüllt. Wir müssen nicht mehr ums Überleben kämpfen. Und direkt nach der Überlebensebene kommt eben die Bindungsebene. Das ist das, was der Organismus als nächstes braucht. Und das ist aus dem Fokus dieser Gesellschaft verloren gegangen. Wir gucken da nicht hin. Und deswegen gibt es große Probleme in der Gesellschaft, auf kollektiver Ebene als auch auf individueller Ebene, weil wir dieses Bedürfnis überhaupt nicht mehr adressieren, weil das ganze System, die Erziehung, die Medien, die Konditionen, alles lenkt uns davon ab. Aber wir können eben nicht glücklich und erfüllt sein, wenn die Bindungsebene, wenn diese Beziehungsebene nicht möglich ist. Dann sind wir nur am Kompensieren und uns betäuben und am Kämpfen. Und das ist im Prinzip das, woraus diese Gesellschaft besteht. Wie ist denn der Unterschied zwischen den Deutschen und den Schweizern? Also ich weiß nicht, ob du bewusst den Weg in die Schweiz gewählt hast oder ob das eher zufällig war. Oder, keine Ahnung, gibt es da Unterschiede? Es gibt auf jeden Fall Unterschiede. Ich habe ja auch schon in anderen Ländern gearbeitet und da ist immer zu sehen, dass es einfach kollektive Strukturen oder gemeinsame Muster tief in den Nervensystemen gibt. An sich, es ist schwer zu erklären, aber ich versuche es mal so, wie ich es immer mache, weil ich werde es öfters gefragt. In Deutschland, die Menschen, das ist jetzt eine pauschale Aussage, über die Gemeinsamkeiten, die ich da so wahrnehme. Also die Menschen in Deutschland, die haben relativ schnell Zugang zu tiefen Ebenen, weil sozusagen darüber alles kaputt ist. Die deutsche Gesellschaft hat wenig oder kaum noch diesen Zusammenhalt in einer Form ausgestaltet, dass der irgendwie schön und stabilisiert ist. Also das heißt, da ist wie so der Überbau, ist wie so bröckelig und nicht ausgestaltet. Und deswegen ist der Zugang zu tiefen Ebenen relativ einfach. In der Schweiz ist es anders. Da haben die Menschen den sozialen Austausch, den Zusammenhalt, die Interaktion, die Rücksichtnahme und so weiter. Dieses sozusagen normale Zusammensein, das ist hier mehr ausgestaltet und mehr gepflegt und auch schöner sozusagen. Aber darunter ist eben das, was eben nicht gelöst und nicht bewusst ist. Und der Zugang jetzt zu den tiefen Ebenen, mit denen ich hier arbeite und arbeiten muss, der ist hier viel schwieriger. Eben weil einerseits es einfacher ist für die Menschen, auf dieser eher oberflächlichen Ebene noch so etwas wie Verbindung und Wohlgefühl zu erzeugen. Das heißt, man hat da auf eine Art mehr zu verlieren als in Deutschland. Und der Zugang dazu ist teilweise hier relativ schwierig. Da ist also sehr viel Abspaltung, also sehr massiv teilweise. Und das ist so der Unterschied. Also das heißt, auf die eine Art ist der Umgang hier mit den Menschen für mich viel, viel angenehmer in der Regel. Aber die Arbeit, die ich mache als Therapeut oder als Lebensberater, die ist deutlich schwieriger. Wenn ich das jetzt richtig aufgefasst habe, würde ich das jetzt für mich übersetzen, wir Deutschen sind einfach tiefgründiger, wenn wir Freundschaften pflegen. Und die Schweizer, mit denen kommt man schneller in Kontakt wie in Amerika. Aber man kommt weniger gut in die Tiefe oder beziehungsweise die lassen nicht so in sich reinschauen. Habe ich das jetzt so für mich richtig verstanden? Es ist halt schwierig, dass Sie in so ein paar Sätzen sagen, ich würde das vielleicht nicht unbedingt machen, weil es ist letztlich, arbeitet man ja, geht es immer nur um einzelne, konkrete Menschen. Und das hat einfach auch mit der Geschichte zu tun. Wie die Menschen konditioniert wurden in Deutschland nach dem Krieg, in der Nachkriegszeit und über die Medien, wie das Kollektiv der Menschen konditioniert wird. Und das passiert ja im Wesentlichen in der Wachstumsphase. Da werden wir sozusagen programmiert von den Erziehern, von der Schule, von den Medien. Und das ist halt in der Schweiz hier anders, weil die Schweiz hat diesen Krieg nicht erlebt. Das hat einfach eine ganz andere Historie und das spiegelt sich eben in den Nervensystemen und in der Psyche und in der Beziehungsfähigkeit und auch in der Art, wie man in Beziehung tritt, wieder. Welche Gefühle werden abgespalten, welche nicht, welche sind integriert, wie geht man mit Konflikten um und so weiter. Und das hat hier einen anderen Unterbau. Ehrliches Mitteilen ist dein Weg oder deine Berufung, jetzt den Menschen wieder nahe zu bringen, wo ich mich gefragt habe, ja mein Gott, warum fällt das vielen Menschen so schwer? Von mir glaube ich, dass ich eine ehrliche Haut bin, dass ich auch sehr offen kommuniziere und damit auch sehr verletzlich bin. Aber warum können das so viele Menschen nicht, über Gefühle sprechen oder überhaupt erst mal zu formulieren, was sind denn meine Bedürfnisse jetzt oder was denke ich denn gerade? Also das in Worte fassen, das fällt ja vielen ganz, ganz schwer. Ja, zum einen ist es wichtig zu sagen, dass ehrliches Mitteilen nicht bedeutet, was du jetzt beschrieben hast. Also das ist das, was man jetzt denkt, weil ehrliches Mitteilen, dann denkt man ja irgendwie, irgendwie ehrlich sagen, was los ist. Das ist das aber nicht, sondern es geht dabei im Prinzip um was anderes und das ist eben schwierig zu erfassen, weil das jenseits dieses Verstandes ist. Das ehrliche Mitteilen, also um das nochmal zu sagen, ich habe diesen Begriff genutzt, damit das einfach Teil der Gesellschaft wird. Sonst hätte ich irgendeinen exotischen Begriff genommen, um da irgendwas Neues zu machen, aber ich wollte eben, dass das wie mit der Gesellschaft verschmilzt. Und deswegen habe ich das einfach ehrliches Mitteilen genannt. Aber ehrliches Mitteilen heißt, wie gesagt, nicht einfach irgendwie ehrlich miteinander umzugehen. Ja, das ist nicht der Punkt, sondern der Punkt ist, so zu sprechen, dass man mit dem, was man erlebt, nicht identifiziert ist. Das ist das, was ich unter ehrliches Mitteilen verstehe. Und das ist, wenn man das erklärt, wirkt das sehr komplex, ist aber vom Prinzip einfach, aber das ist für den Verstand nicht zu erfassen. Also es bedeutet, dass man zum Beispiel nicht mehr sagt, als man sagen möchte. Es bedeutet nicht, seine Grenzen zu überschreiten. Es bedeutet nicht, ein Konzept zu verfolgen. Ja, weil wenn ich ehrliches Mitteilen mache, dann kann es sein, dass ich auf das Konzept reinfalle, dass ich glaube, ich muss mich ehrlich mitteilen. Das ist das aber gar nicht. Das ist das nicht, sondern das ist kein Konzept. Das ist auch keine Strategie. Das ist auch kein Weg. Das hat nicht mal ein Ziel. Das ist Weg und Ziel gleichzeitig. Und es geht auch nicht darum, seine Grenzen, wie gesagt, zu überschreiten. Das ist ganz wichtig. Also das Prinzip ist so zu sprechen, dass man mit dem, was in einem passiert, auf der Körperebene, bei den Gefühlen und bei den Gedanken, selber nicht identifiziert ist. Und das führt dazu, dass der andere sich weder angegriffen noch ausgelaugt fühlt, sondern das als angenehm empfindet, was da kommt. Und zwar unabhängig von dem Inhalt. Auch wenn das was ganz Schlimmes, Furchtbares, Böses ist. Das wirkt dann auf den anderen nicht belastend. Und das ist die Magie von dem Ganzen. Und um das zu machen, ist es notwendig, dass man vor jedem Satz, den man spricht, eine bestimmte Floskel setzt, die einem von der Identifizierung, mit dem, was dann kommt, kappt, dass das löst. Also ganz konkretes Beispiel, wenn ich jetzt zum Beispiel sagen würde, ich nehme immer das Beispiel, oh, gestern Abend hatte ich ein tolles Abendessen. Das ist so, wie wir reden. Sprechen mit völliger Identifizierung, Gedanken, Erlebnisraum. Ich ist alles ein, drei. Und das wirkt aussaugend auf den anderen. Wenn ich aber sage, in meinem Kopf ist gerade der Gedanke an das Abendessen von gestern, dann hat das eine völlig andere Wirkung auf mich und auf den Zuhörer. In dem Moment ist es nicht mehr aussaugend, weil ich nicht mehr damit identifiziert bin, weil ich keine Aufmerksamkeit mehr fordere für die Geschichte, mit der ich identifiziert bin. Sondern ich teile einfach mit, was da ist. Es ist keine Energiesaugung, es ist kein Konflikt in Szene. Und das machen wir mit allen Ebenen. Zum Beispiel bei der Gefühlsebene sagen wir dann einfach, ich fühle gerade Freude. Oder in meinem Körper spüre ich Wärme. Oder in meinem rechten, kniespüre ich einen Schmerz. Aber das Entscheidende ist das Mitteilen der Gedankenebene. Weil da sind wir in dieser Gesellschaft völlig mit identifiziert. Wir haben keinen Abstand zu unseren Gedanken. Wir glauben, dass die Gedanken, die in uns aufsteigen, die Welt draußen und ich, dass das alles eins ist. Das wird von den Menschen als eins erlebt. Und dann sprechen die miteinander. Und dann fängt das natürlich an zu kollidieren. Weil der eine ist mit der Idee identifiziert, der andere mit der. Und dann sind wir auf der Ebene von Ideologien. Und irgendwann am Ende kommt sogar ein Krieg raus zwischen Nationen. Und das hat alles damit zu tun, dass wir keinen Abstand zu den Gedanken haben. Und wenn wir diese Flossbilder vorsetzen im Sinne des ehrlichen Mitteilens, dann lösen wir uns mit jedem Satz von dem Inhalt. Und dann ist es wie ein Aufwachen auf einer vierten Ebene. Weil wenn ich von Gedanken, Gefühlen und Körperempfindungen sprechen kann, muss es ja was Viertes geben, was das alles wahrnehmen kann. Und deswegen führt dieses ehrliche Mitteilens wie zu einer Bewusstwerden, wie zu einem Aufwachen. Ach so, ich bin weder dieser Körper, weder diese Gefühle, noch diese Gedanken. Eigentlich bin ich irgendwas, was das alles wahrnimmt. Man kann auch sagen, bewusst sein. Also quasi ist man in dieser Beobachterrolle. Ich stelle mir das nur sehr anstrengend vor, wenn ich immer erst sagen müsste, in meinem Bauch geht jetzt das und das vor. In meinem Kopf passiert jetzt das und das. Ich fühle, da habe ich das Gefühl, ich bin gar nicht mehr so echt oder so lebendig. Ich schnattere eigentlich ziemlich schnell und mit Mimik und Gestik. Aber das ist wahrscheinlich nur partiell gemeint, dass man sich vielleicht als Mensch mal hinsetzt, wenn man zum Beispiel ein Thema hat oder ein Problem oder im Kollegenkreis, und dann dieses ehrliche Mitteilen praktiziert, damit es eben zu keinen Missverständnissen kommt oder zu gewaltfreier Kommunikation oder solchen Sachen. Oder ist das allgemein so, dass ich immer so kommunizieren müsste? Also meine Erfahrung ist, wenn man das in diesem Ritual oder in dieser ritualisierten Form, wie du es gesagt hast, wenn man damit anfängt, ist auch meine Empfehlung, damit so anzufangen, dass das nach und nach irgendwie automatisch in den Alltag einfließt. Also dass man dann einfach wirklich auf das ganze Geräte, das braucht man dann einfach nicht mehr. Weil dieses Geräte ist nur Energiesaugen. Das geht dazu, Emotionen fernzuhalten von uns. Das ist ein Pseudokontakt, weil niemand interessiert sich für diese ganzen Geschichten. In Wirklichkeit interessiert sich dafür niemand. In Wirklichkeit interessieren wir uns nur für unsere Emotionen gegenseitig, weil da unsere Bedürfnisse dran hängen. Und das machen wir aber nicht mehr, sondern wir reden, es ist leeres Geräte. Die Menschen haben keine Verbindung mehr. Die reden viel, aber es wird überhaupt nichts mehr gesagt. Gestern habe ich das gemacht, morgen habe ich das gemacht. Das finde ich toll. Es ist alles leeres Geräte, was uns nicht verbindet, sondern immer mehr trennt. Und wir müssen halt nach und nach zu den Emotionen, zum Austausch der Emotionen zurückkehren. Und wenn wir das können, dann wird dieses Ding hier oben ruhig und dann gibt es keinen Bedarf mehr nach Smalltalk, nach Gerede. Das kommt alles zu Ruhe, weil die tiefsten Bedürfnisse sozusagen genährt werden. Und dieses viele Geräte oder auch Körpersymptome, die dann entstehen, das ist wie ein Überlebenskampf. Das ist wie, also wenn ich eine Gruppe Menschen treffe oder sehe, die miteinander so im Kreis sich unterhält, ich sehe da lauter Ertrinkende, die ums Überleben kämpfen und verzweifelt zappeln und nicht wissen, wie sie mit sich und der Gruppe und ihrer eigenen Not da irgendwie umgehen können. Und es ist immer ein Krieg um Aufmerksamkeit. Das sind dann einfach Menschen, die verzweifelt um Aufmerksamkeit kämpfen, aber nicht wissen, wie sie in der Gruppe mit sich umgehen sollen, damit sie alle genährt werden und alles zur Ruhe kommt. Und dafür habe ich eben das ehrliche Mitteilung entwickelt, damit das genau das passieren kann und zwar noch ohne Spezialist, also dass die Menschen das ohne Therapeuten und Begleitung machen können. Jetzt gibt es ja in der Psychotherapie eigentlich schon eine ganze Menge Therapieverfahren, also lösungsfokussierte Gesprächsführung zum Beispiel. Da geht es auch nicht darum, Probleme zu wälzen oder in der Vergangenheit, sondern wir setzen ein Ziel, schauen auf die Ressourcen oder gewaltfreie Kommunikation oder Hypnose. Es gibt also unglaublich viel. Warum braucht es jetzt noch das ehrliche Mitteilen? Es gibt ja auch dieses Tantra, wo sich Menschen berühren, wo sie mehr ins Fühlen kommen und sich begegnen oder in den Arm nehmen. Da gibt es auch unzählige neuartige Seminare. Warum ehrliches Mitteilen oder warum hast du dich überhaupt auf den Weg gemacht? Du bist ja selber Heilpraktiker für Psychotherapie und gesagt, nee, es braucht was Neues. Das heißt ja, das, was wir bisher haben und seit Jahrzehnten praktizieren, ist nicht so erfolgversprechend. Ja, man muss ja nur mit den Klienten und Patienten reden. Die machen Jahre und Jahrzehnte Psychotherapie. Es kommt nichts daraus. Bei vielen wird es schlimmer und natürlich in Einzelfällen hilft es auch. Aber wir müssen uns so im Plan sein, dass unsere gesamte Kultur und Gesellschaft auf der Abspaltung unserer Kernemotionen und damit unserer Kernbedürfnisse basiert. Die Kultur und die Welt und die Gesellschaft, in der wir leben, basiert auf dem Abspalten unserer essentiellen Emotionen und damit dem nicht mehr austauschen. So, jetzt wäre es verwunderlich, wenn innerhalb dieses Systems eine Struktur vorhanden wäre, die wirklich hilfreich wäre. Das würde nicht funktionieren. Das ganze System ist in sich schlüssig. Und somit sind im Prinzip alle Institutionen, alle Strukturen, die in diesem Bewusstseinsfeld geschaffen werden, niemals transformiert, sondern die sind letztlich, bewegen die sich alle auf der gleichen Ebene. Und ich habe ja auch viel Kontakt mit Psychotherapeuten. Das, was da gelehrt wird und was gemacht wird mit den Patienten, das ist deswegen nicht wirklich so zielführend, weil eben der eigentliche Kontakt nicht adressiert wird. Ich habe sogar ein Video dazu gemacht, wenn ich als Therapeut, oder fangen wir mal ganz anders an, Wo kommt die Motivation her, Psychotherapeut zu werden? Die kommt meistens daher, dass damit eine Idee verbunden ist, dass ich mit einer Rolle einen tiefen Kontakt bekomme, ohne dass mein eigenes Traumamaterial aktiviert wird. Das ist der Vorteil von Rollen. Sei es Macht oder Ohnmacht, Opfertäne und so weiter. Und das ist oft die große Motivation, Therapeut zu werden. Weil ich kann dann sehr viel Nähe, es ist keine ursprüngliche Nähe, aber ich kann so eine Pseudonähe erleben, ohne dass eben mein Ego gefährdet wird und ohne dass bei mir die Post abgeht. Das ist aber genau das Problem, weil wenn ich dann mich ausbilden lasse über Jahre und Jahre und Jahre und mache dann komplizierte Methoden, dann komme ich mit so einem Kopf als Therapeut in meine Praxis. Aber was ich vielleicht nicht wirklich gelernt habe, ist, den Zugang zu meinen tiefsten Emotionen zu öffnen und erfahren zu haben, in einer Beziehung mit großer Abhängigkeit, nämlich in der Partnerschaft, dass das alles Raum hat, kommuniziert zu werden. Und erst wenn das passiert ist, kann ich überhaupt mit einem Menschen in einen solchen Kontakt treten, dass das heilsam ist. Und da lenkt sich die gesamte Gesellschaft, inklusive der Therapeuten, Strukturen, Kirchen, alles, was wir haben, lenkt, wir lenken uns gemeinsam davon ab und tun so. Ja, wir tun so. Das ist so ein Spiel. Therapeut, Klient. Das sind Rollenspiele, aber es kommt nicht zu einem echten Kontakt. Wenn der Kontakt wirklich stattfinden würde, dann muss der Therapeut seine Rolle verlassen. Natürlich mache ich das nicht, wenn jemand instabil ist und von Kinderteilen überschwemmt wird. Aber im Laufe der Beziehung muss der Therapeut seine Rolle vollständig hinter sich lassen, weil sonst kann er nicht vollständig in Kontakt treten. Und nur dann gibt es eine Transformation beim Klienten. Und das ist mir einfach aufgefallen in den ganzen Jahrzehnten meiner Suche, dass entweder die Therapeuten, Heiler erleuchten, dass sie diese Ebene nicht interessiert, sich hinter ihrer Rolle oder hinter ihrer Erleuchtung verstecken. und dass eben das, was ich jetzt beschrieben habe, nicht im Fokus ist. Ja, also zum Beispiel, es gibt ja auch Dinge, die relativ nah dran sind, wie Familienstellen. Aber auch da wird nicht geguckt, was zwischen den Teilnehmern jetzt passiert, sondern es wird externalisiert, es werden irgendwelche abstrusen Themen bearbeitet, ja, Anliegen, was auch immer, was nichts mit dem konkreten Kontakt jetzt hier und den damit erzeugten Gefühlen zu tun hat. Und wenn man das einmal realisiert hat, ja, dann liegt das alles wie ein offenes Buch vor einem und man sieht das ganze Kasper-Theater, was hier läuft. Aber das ist wie, wir können nicht anders. Wir sind, diese Gesellschaft ist kaputt. Ich sage das immer wieder. Wir sind, wir leben in einer völlig kaputten Gesellschaft und wir sind uns nicht bewusst, wie kaputt wir inzwischen sind. Ja, wie wenig nähernden Austausch die Menschen noch in der Lage sind herzustellen. Und dieser nähernde Austausch, man muss ja einfach nochmal schauen, wo gibt es denn noch? Wo gibt es denn noch? Im Fernsehen nicht, in der Politik nicht, in den Wissenschaften nicht, im Arbeitsalltag nicht, in den Familien eigentlich auch nicht, weil die sind gestresst und mit Aufgaben überfordert. Wo gibt es das noch? Jetzt könnte man sagen, zwischen Liebespaaren und vielleicht noch zwischen Therapeut und Patient. In dem Verhältnis zwischen Therapeuten und Patienten, auch dort klappt dieser vollständige Kontakt nicht ausreichend. Und das wären sozusagen die einzigen Inseln, wo das überhaupt noch irgendwie stattfindet. Und das ist eine Katastrophe für unsere Nervensteine, weil wir brauchen zwingend diesen Austausch, sonst geht das für unsere Körper nicht. Und wenn wir das nicht haben, müssen wir kompensieren. Und dann müssen wir Dinge tun, um damit irgendwie fertig zu werden, was aber immer destruktiv ist. Das heißt, Drogen konsumieren, Konsum, Medien, Massenmedien, alle möglichen von Süchten, von Ängsten. Da kommt die ganze Kaskade an Problemen, kommt da dann hinten dran. Das sind alles Versuche der Menschen, mit dieser fehlenden Bindung irgendwie fertig zu werden. Und dann, wenn wir dann an den Symptomen ansetzen und versuchen dann das irgendwie aufzulösen und eben diese Ebene nicht adressieren, dann bringen wir die Menschen in noch größere Not, weil die brauchen ihre Symptome, solange sie nicht eine wirklich tiefe Verbindung herstellen können. Den kann man nicht als Symptom wegnehmen, weil dann kommt das System in eine noch größere Not. Was mir aufgefallen ist, ich habe in den letzten Jahren so einige Therapeuten kennengelernt, weil ich auch verschiedene Ausbildungen mache, Interesse halber, dass viele, die Yoga-Lehrer werden, Yoga-Therapeut oder auch Heilpraktiker für Psychotherapie, dass die selber alle Baustellen haben und zwar ziemlich große, vielleicht selber auch in verschiedenen Behandlungen schon sind. Und zweitens, ich habe selber angefangen, vor ein paar Jahren Heilpraktiker-Ausbildung in Psychotherapie zu machen und ich bin entsetzt, was für eine Rolle man sich antrainieren soll. Also man lernt eine bestimmte Fragetechnik, gerade bei lösungsfokussierter Gesprächsführung, man lernt Fragen auswendig quasi, um dann, egal was für ein Problem der Klient mitbringt, immer Schema F zu machen, damit der Patient selber seine Fragen beantworten kann. Und ich habe das Gefühl, der Therapeut interessiert sich eigentlich gar nicht wirklich für diesen Klienten, sondern, also ich fand das erschreckend und ich finde es auch erschreckend, dass es Kataloge gibt für unsere ganzen Krankheitsbilder, die wir haben. Depressionen hat ja schon eine Riesenskala, wo ich dann so einen Selbsttest machen musste in der Ausbildung und denke, oh Gott, ich habe ja auch schon mindestens eine minimale Depression, mindestens einmal gehabt, wo wir sagen, wie erschreckend das ist, wie wir die Leute katalogisieren und dann sagen, du musst dieses oder jenes Medikament nehmen, du musst die und die Therapie machen, möglichst über ein Jahr und wenn es nicht funktioniert, zum Beispiel beim Alkohol, dann geht es in die Klinik. Da bin ich ja dankbar, dass es Menschen gibt wie dich oder auch andere, die völlig neue Wege gehen, gerade in dieser Zeit und Sachen ins Leben rufen, wo es ums Fühlen geht, mal wieder und um wirklichen Kontakt. Also das ist jetzt so mein Eindruck aus den letzten Monaten und vielleicht zwei, drei Jahren, wo ich mich auch intensiv damit beschäftige. Ja, das wollte ich nur mal so mit in den Raum schießen und ich weiß auch selber gar nicht, warum ich diese Ausbildung mache, wahrscheinlich um mich selber ein bisschen besser kennenzulernen und auch vielleicht in der Vergangenheit zu schauen, wie ticken eigentlich die Menschen um mich rum. Es hat nur einen Grund. Wie bitte? Es hat nur einen Grund. Es hat nur einen Grund. Du möchtest in Kontakt kommen. Ja, das ist möglich. Und deswegen machen wir solche Dinge. Wir machen von morgens bis abends nichts weiter, als zu versuchen, in Kontakt zu kommen. Und so eine Ausbildung verspricht nicht viel Kontakt. Deswegen machen wir das. Alles, was wir tun, von morgens bis abends, dient dazu, ist der Versuch, diesen Kontakt herzustellen. Und diese Gesellschaft, die schläft, das ist eine Gesellschaft, die befindet sich im Tiefschlaf. Wir wandeln herum wie Schlafwander. Wir wissen nicht mehr, wo vorne und hinten ist, wo es lang geht, wie wir miteinander mit uns selber gerade kommen sollen. Wir sind eine Masse von herumirrenden, isolierten, verzweifelten Menschen, die vielleicht punktuell mal durch Kompensation sich gut fühlen oder zeitlang auch mal über eine Pseudo-Verbindung sich ganz gut stabilisieren können. Aber der eigentliche Schlüssel, der ist, davon werden wir ferngehalten. Das passiert auch ganz bewusst, weil man muss sich darüber im Klaren sein, sollten die Menschen auf die Idee kommen, sich zu verbinden, sich gegenseitig die Wahrheit zu sagen, dann ist Schluss mit Ausbeutung, mit Manipulation, mit Machtausübung, mit Spaltung. Das hört dann final auf. Das geht dann nicht mehr. Aber wenn man Menschen regieren und ausbeuten will, dann muss man sie spalten. Und spalten heißt einfach, alles tun, damit dieser Austausch nicht stattfindet. Das kann man machen, wie man Lager bildet, polarisiert. Also in jedem Fall muss der andere als eine Gefahr wahrgenommen werden. Und wenn ich das schaffe, möglichst schon in der Wachstumsphase, weil da die Struktur im Nervensystem zementiert wird, dann habe ich gewonnen. Also die Machthaber haben in jedem Fall ein Interesse, diese Programmierung in den Heranwachsenden anzulegen, dass andere eine Konkurrenz und eine Gefahr sind. Das ist die Basis der politischen und generell auch kirchlichen, religiösen Macht. Und wenn das zusammenkriegt, dann sind diese Machtstrukturen am Ende. Weil mit dem Austausch wird eine derartige Kraft frei in den Menschen. Das können sich viele überhaupt nicht vorstellen. Also nicht nur Kraft, sondern es kommt zu einer immensen Klarheit. Ich kann plötzlich alles sehen, wie ein offenes Buch. Ich muss mich nicht verzweifelt mit diesem kleinen Verstand da abmühen, sondern die Dinge liegen in einer Klarheit vor einem. Das Herz öffnet sich. Es gibt keine Angst mehr und eine Kraft fängt dann an, durch einen durchzuströmen. Das ist wie so, ja, dass man fühlt sich auf eine Art unbesiegbar. Und das davor haben die Machthaber Angst. Zurecht, ja, zurecht. Aber das ist nichts Destruktives, sondern das heißt einfach, die Menschen kommen in ihre Kraft, in ihre Autonomie und gleichzeitig aber auch in ihre Liebes- und Verbindungsfähigkeit. Und das ist die Revolution, die jetzt uns bevorsteht. Und natürlich das alte System wehrt sich mit Händen und Füßen. Ich würde es aber nicht ganz so düster sehen. Ich glaube, dass es in den letzten Jahrzehnten schon einiges an Bewegung gibt, dass es schon viele, viele Menschen gibt, die sich vielleicht unterm Radar zusammenfinden. Du bist ja nur einer von vielen, die schon richtig gute Arbeit machen, wo sich Menschen vernetzen. Also ich bin selber in Gruppen, die Musik zusammen machen, also Klangreisen oder die in der Yoga-Szene, da gibt es aber auch zwei verschiedene Lager, das könnte man vielleicht nochmal ansprechen. Das fand ich interessant im Buch. Aber einfach Menschen, die wirklich mit einem offenen Herzen sich begegnen. Oder eben, ich habe so ein Institut kennengelernt in Deutschland, das nennt sich Bewusster Leben und Lieben. Da gibt es nur so Seminare, wo es ums Fühlen geht, sich begegnen. Da sind 30 Menschen zusammen im Kreis und es geht darum, wie geht es mir jetzt? Und man organisiert ein Setting, wo sich die Menschen sofort wohlfühlen. Da ist ein superschönes Ambiente und dort sind 30 Menschen, wo man am Anfang denkt, oh Gott, das sind alles ganz gebrochene Menschen. Und am Ende dieses Seminars stellt man fest, man ist selber einer davon und hat aber ein paar Tage, wo man sich begegnet, wo man sich wirklich mal anschaut, wo man sich wirklich zuhört und ins Fühlen kommt. Also es gibt schon, gibt es schon sehr viel, glaube ich. Also ganz so düster würde ich es nicht sehen, dass sagen, jeder ist jetzt so, ich weiß das nicht, in Prozenten gesehen. Und auch diese Spaziergänge am Montag, die machen auch ganz viel in den letzten Wochen und Monaten, wo Menschen zusammenkommen und merken, sie sind gar nicht alleine und sich eben begegnen wollen. Und Gott sei Dank lassen wir uns halt nicht mehr alles verbieten, sondern machen es trotzdem. Und dann treffen sich die Menschen im Wald oder privat in den Wohnungen. Und wir sind ja gerade hier im Osten ziemlich clever im Finden von Alternativen. Also das ist schon sehr schön. Und ich kenne Menschen, so bin ich ja eigentlich auf dich gekommen, die mir gesagt haben, ich mache jetzt ehrliches Mitteilen. Das mache ich mit meiner Freundin am Telefon jeden Morgen. Als erstes rufen wir uns an und teilen uns mit, wie es uns geht. Und ja, vielleicht das als Tipp für andere Menschen. Wie funktioniert es jetzt richtig? Also vielleicht könnten wir mal vielleicht beide in die Praxis gehen oder den Menschen sagen oder zeigen, wie macht man es denn jetzt? Also dieses, ich empfinde jetzt in meinem Körper das und das vorhin, wo ich gesagt habe, ich finde es zugestellt, aber vielleicht ist es gar nicht so. Ich habe es ja selber noch gar nicht gemacht. Ja, das Interessante ist ja zum Beispiel auch, dass bis jetzt keiner, der Zuschauer und Zuhörer weiß, was in uns losgeht. Wir wissen es auch nicht, weißt du, das ist das, was ich meine. Wir treffen uns, wir tauschen Informationen aus. Keiner weiß, was wirklich in uns los ist. Weder weiß ich, was da in dir los ist, du weißt nicht, was in mir, die Zuschauer wissen nicht, was in uns los ist. Also das ist einfach, einfach um das nochmal bewusst zu machen, dass diese Ebene quasi nie adressiert wird. Also wir begegnen uns nicht wirklich. Und jetzt, wenn du sagst, ja, lass uns beginnen, genau, dann könnten wir da anfangen. Also ich könnte es ein paar Minuten vormachen, dann könntest du das machen und ich könnte das korrigieren, wenn du möchtest. Okay. Das Ding ist halt, wenn man das macht und korrekt macht, dann kommt es einfach zu tiefen Prozessen. Das ist so. Ich bin gespannt. Ja. Also prinzipiell. Und es ist wichtig, es ist kein Dialog, sondern der eine spricht und wenn er fertig ist, ist der andere dran. Und wichtig ist auch das Zuhören. Also es geht darum, nicht, dass einer nur redet, sondern das Zuhören sind die anderen 50 Prozent, damit es zu einem Durchfluss kommt. Also wenn der andere nicht zuhört und mit dem Gedanken irgendwo anders ist, dann funktioniert das auch nicht. Sondern was ja in unseren Systemen festhängt, ist das Gehörtwerden unserer inneren Zustände. Das ging als Kind schief. Und das können wir so nachholen. Ja. Ja, gut. Dann magst du anfangen? Ja. Also. Ich spüre etwas Anspannung in meinem Bauch. Mein Kopf denkt, hoffentlich ist das alles verständlich, was ich hier sage. Mein Kopf denkt, wie viele Zuschauer werden das jetzt hier sehen. Ich fühle Freude. Mein Kopf denkt, oh, wie viel Zeit haben wir noch? Ich spüre wieder die Anspannung im Bauch. Mein Kopf denkt, wie schön, wenn jemand zuhört einfach. In meinem Kopf ist der Gedanke, dass jetzt keine Emotionen da sind. Mein Kopf denkt komisch, immer noch keine Emotionen. Ich fühle etwas heiterkeit. Das ist alles. Heiterkeit klingt doch gut. Wenn wir das so rüberbringen könnten. Ja, dann versuche ich mal. So, ich darf kurz unterbrechen, das, was du jetzt, diese kleine Mini-Intro, das gehört nicht zum ehrlichen Mitteilen. Also, das ist, wo du jetzt rausgesprungen bist, um die eigentlichen Emotionen ausblenden zu kommen. Du hast gemerkt, dieses leichte Smalltalk jetzt als Übergang zu dir. Damit bist du von dir weggegangen, von den Emotionen. Das ist nicht Teil des ehrlichen Teils. Also, ehrlich Mitteilen wäre es gewesen, dass du direkt, nachdem ich aufgehört habe, mit deiner Mitteilung beginnst. Ich erwähne es nur, weil uns das nicht bewusst ist. Wir haben da keinen, so keinen Fokus mehr drauf. Stimmt, dieses immer alles kommentieren müssen. Das dient zum Ausblenden von Emotionen. im Wesentlichen. Ja, also, ich bin ein bisschen nervös. Ich habe auch ziemlich nasse Hände und kalte Füße. Also, ich muss dich jetzt halt leider unterbrechen, weil das ist, das funktioniert nur, wenn das absolut hundertprozentig korrekt gemacht wird, sonst hat es keine Wirkung. Und damit das so passiert, ist es absolut zwingend erforderlich, vor jeden Satz diese Floskel zu setzen, die uns von der Identifizierung kamt. Weil sonst kommen wir dieses Geschichten erzählen. Ja, ich habe das und das, meine Hände sind so und so. Das sind ja alles Gedanken. Und jetzt das Nächste, der Zugriff auf Spielsachen, Getränke, das sind alles Dinge, die uns von uns selber, das sind einfach Tricks des Systems, um den Kontakt zu vermeiden. Wir bringen ein drittes Objekt rein, entweder ein Mensch oder eine Tasse, und damit kriegen wir wieder Distanz zu dem Anderen, zu uns selber. Das ist alles dieses System, was ich versuche, irgendwie stabil zu halten. Also wichtig ist, wenn du es machst, dann versuch, diese Satzanfänge zu nutzen. In meinem Körper spüre ich das und das. Oder genauer sagen, in meinem Knie spüre ich das und das. Ich fühle so und so und so. Und in meinem Kopf, oder mein Kopf denkt, das und das und das. Und wenn du das so, wenn du jeden Satz damit anfängst, dann bist du in jedem Fall im Ehrlichen Mitteil. Und sobald Sätze kommen, die so nicht anfangen, dann geht das ins Geschichtenerzählen. Und das ist dann das, wo der Kontakt verloren geht. Gut, ich fange nochmal an. Jedes Mal, wenn ich falsch liege, heb doch die Hand, dann mache ich den Satz nochmal neu. So, das ist jetzt wieder etwas. Hast du gerade gemerkt. Diese Einleitung ist wieder dasselbe. Es ist nicht notwendig. Und das meine ich, wenn wir das korrekt machen und ich zwinge dich jetzt auf eine Art, dann kommt es zu Prozessen. Okay. Gut. Mein Körper fühlt sich unruhig an. In meinem Bauch, das fühlt sich wie so eine Waschmaschine an. Meine Füße fühlen sich kalt an. Meine Hände sind... Ich muss unterbrechen. Also ich muss es nochmal sagen. Uns ist immer wieder zu sehen, obwohl es ja etwas ganz Einfaches ist, wird es nicht gemacht. Also es ist wichtig, die Körperempfindung mit ich spüre zu Beginn. Um die Ebene, also explizit die Ebene zu benennen. Ich spüre für alle Körperempfindungen. Ich fühle für die Emotionen. Und mein Kopf denkt das oder mein Kopf denkt, was auch immer, für die mentale Ebene. Also wir benennen damit die Ebenen und das hilft uns auch selber, uns davon zu lösen. Und jedes Mal, wenn wir abweichen, dann ist es wie ein normales Gespräch und dann hat es eben halt diese Wirkung. um mich. Sorry, ich muss es einfach sagen. Es ist nicht schlimm. Ich kann es halt nicht. Aber so geht es vielleicht anderen auch. Gut. Also ich spüre, dass mein Kiefer ein bisschen angespannt ist. Ich spüre eine innere Unruhe, aber auch Freude, dass wir das machen. Das würde jetzt bedeuten, ich fühle Freude. Und es braucht keine Begründung und keine Erzählung dahinten dran. Einfach, ich spüre Unruhe im Körper, ich fühle Freude. Mehr ist nicht notwendig. Mein Kopf denkt gerade ziemlich viel. Ja, also ich fühle mich sehr aufgeregt, aber positiv. Das sind einfach kurze Sätze. Ich spüre Aufregung. Ich fühle Freude, fühle Wut. Mein Kopf denkt, dass da viele Gedanken sind. Das sind alles so einfache Sätze. Und ich fühle eine Mischung aus Anspannung und Entspannung. Das werden die Körper empfinde. Ich fühle mich sehr wohl mit dir. Das ist kein Gefühl. Oh Mann, das ist ja schwer. Wir sind das halt nicht gewöhnt. Also Gefühle sind zum Beispiel Freude, Trauer, Wut, Eifersucht. Das ist die Ebene von Gefühlen. Und das würde man einfach so in einem einfachen Satz sagen. Ich fühle Freude, ich fühle Wut, ich fühle Verzweiflung, ich fühle Einsamkeit, ich fühle Trauer. Das ist die emotionale Ebene. Das sind so einfache Sätze. Und Körperempfindungen sind so etwas wie Spannung, Anspannung, Hitze, Kälte, Druck, Schmerz. Und das sind auch einfache Sätze. Zum Beispiel, ich spüre Anspannung im Körper. Oder ich spüre Schmerz im rechten Knie. Oder ich spüre Nervosität im ganzen Körper. Das sind einfache Sätze. Und da mogelt sich der Verstand rein. Der will immer Geschichten erzählen. Und das trennt uns dann von dem Gegenüber und von uns selber. Wenn der Kopf reinkommt, macht es nichts, wenn wir das dann entsprechend mitteilen. Zum Beispiel, mein Kopf denkt gerade, dass ich Schmerzen wegen dem Knie habe. Mein Kopf denkt, dass das an dem Unfall von gestern war. Dann macht es nichts. Wenn man also den mentalen Teil ohne Identifizierung kommuniziert, das macht nichts. Wir müssen da nichts zurückhalten oder verändern. Es kommt wirklich nur auf die Art darauf an, wie das kommuniziert wird. Und der Verstand mogelt sich da rein, weil daran dieses Ich-Gefühl hängt. Also das Denken mit Identifizierung und das entsprechende Sprechen, das führt dazu, sich als dieses getrennte Ich zu fühlen, was dann halt auch leidet. Es macht es vielleicht einfacher, erst mal nur eine Ebene zu üben, zum Beispiel nur die Körperebene. Dass jeder Satz anfängt mit Ich spüre oder so. Und dass man sich erst mal auf eine Ebene konzentriert und wenn man da Routine hat, dann die nächste, dann nur die Emotionen. So könnte man auch vorgehen. Ja, also ich spüre gerade jede meiner Zellen und besonders im Bauch ist eine gewisse Unruhe. Also ich spüre eine gewisse Unruhe im Bauch und ich spüre sogar meinen Herzschlag im Bauch. Ich spüre aber eine Freude, also oder ich fühle eine Freude dabei und ich fühle ein gutes Gefühl. Ja, ist schon anders, ne? Es fällt mir bloß schwer, wirklich die richtigen Worte zu finden und mich nicht immer wieder in die Ablenkung. Also ich bin wirklich ein Talent der Ablenkung. Ja. Und dann kommen, wenn du das machst, dann kommen sehr tiefe Emotionen. Also tiefe Traurigkeit oder sehr viel Wut. Das halten wir damit fern von uns selber und dann auch vor anderen. Okay, ich weiß jetzt nicht, ob ich in die Tiefe noch weitergehen möchte, aber ich habe es, glaube ich, verstanden. Und ja, es ist dann so, wenn ich, glaube ich, sehr ehrlich bin, kommt dann die Traurigkeit oder die Wut oder eben man kommt dann irgendwie an Punkte, die vielleicht ein bisschen schmerzhaft sind. Und jetzt ist ja die Frage, wie kann man das trainieren? Wie kann man das üben? Ja, und was bewirkt das? Also von Heilung darf man ja immer nicht sprechen, aber ich habe selber schon erfahren, wenn man anderen zuhört und die erzählen von sich, passieren in einem selber ja auch Prozesse, weil man vielleicht genau dasselbe empfindet oder so. Also das Einfachste ist, sich einer lokalen Gruppe anzuschließen. Die gibt es jetzt Hunderte, auch weltweit quasi, gibt es immer mehr. Und da hat man jedenfalls Menschen, die das auch wollen. Da kann man das üben. Man kann auch selber einfach direkt eine Gruppe gründen. Also das ist ein Selbsthilfenetzwerk. Findet man auf meiner Homepage, kann man da gucken oder auch einfach im Internet googeln. Es gibt auch Telegram-Gruppen dazu. Also das Beste ist, jemanden erstmal zu suchen, der das auch möchte, der das auch üben möchte. Dann ist es natürlich wichtig, das in der Partnerschaft zu machen, weil sonst, also wenn man in der Partnerschaft glücklich ist, braucht man nichts ändern. Aber die meisten sind ja nicht glücklich. Und das ehrlich mitteilen hilft uns dann eben, dass die Partnerschaft überhaupt erstmal wirklich, dass das überhaupt erstmal wirklich losgeht und in die Tiefe geht. Und dann kann es natürlich sein, dass hier rausstellt, mein Partner, mit dem ich vielleicht seit 20 Jahren verheiratet bin, der hat gar kein Interesse an mir. Der will das gar nicht. Das dann kann sehr schmerzhaft sein. Allerdings verlieren tut man nicht wirklich was, weil es war noch nie was da. Es war kein noch nie wirklicher Kontakt und tiefe Verbindung da. Also verlieren tut man nichts, aber man verliert die Illusion oder die Hoffnung da drauf. Es bleibt uns aber nichts anderes übrig. Wir müssen damit anfangen, weil sonst unsere eigene Transformation nicht losgeht. Und was man in jedem Fall sagen kann, das führt zu einer Regulation, einfach weil Eindrücke von Sicherheit in das System kommen. Und diese Regulation, also man kann sagen, Entspannung im autonomen Nervensystem, da kann es dann sein, dass dann auch Symptome verschwinden. Ja, man kann es nicht versprechen. Es geht auch gar nicht drum. Es geht nicht drum, dass sich was ändert. Das ist eben das Paradox. Das ist was, was der Verstand nicht verstehen kann, dass ehrliches Mitteilen überhaupt kein Ziel hat. Das ist nicht mal ein Weg. Es geht überhaupt nicht drum, irgendwas zu ändern, sondern nur um das Mitteilen dessen, was da ist. Und ob sich dann was ändert oder nicht, das ist überhaupt nicht mehr der Punkt, wenn ich alles mitteilen kann. Das versteht der Verstand nicht. Das kann man nur erleben oder erfahren. Ich kann mir das ganz schwer vorstellen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel einen Partner kennenlerne oder jemand Neues vielleicht kennenlerne und dann setze ich mich mit ihm hin und praktiziere ehrliches Mitteilen und ich sage ihm, so wie ich es in dem Buch gelesen habe, ich habe Angst, dass du mich verlassen könntest. Das wäre kein ehrliches Mitteilen. Ich müsste das dann sagen, ich fühle oder ich spüre oder ich spüre die Angst in mir, dass du mich verlassen könntest. Ja, nee, das funktioniert einfach nicht. Wie gesagt, das sind alles ganz simple, einfache Sätze, keine verschachteten Sätze mit Erklärung und noch Geschichten hintendran. In meinem Körper spüre ich Angst, in meinem Kopf ist die Idee, dass du mich bald verlässt. Zum Beispiel. Das hat eine andere Wirkung, als wenn ich das so in diesen verschachteten Geschichten, Erzählungssätzen mache. Das hat eine andere Wirkung auf das Gegenüber. Ja, und da frage ich mich, ob man dann jemand, gerade in einer neuen, also wenn man neue Menschen kennenlernt, ob man die nicht verschreckt. Also, weil wenn jemand gesagt kriegt, ich spüre die Angst oder in meinem Kopf ist der Gedanke, dass du mich verlassen könntest, dann ist der andere, denke ich so, in der Erklärungsnot, nein, ist nicht so oder ja, natürlich, nichts ist sicher in dieser Welt oder so. Also das ist so, ich weiß nicht, ob der andere die Wahrheit aushält oder ob ich die Wahrheit aushalte, wenn mir jemand ehrlich gegenüber ist. Ja, man erfährt sofort, ob jemand beziehungsfähig ist oder nicht, an welcher Ebene das erreicht und dann weiß man sofort, wo man dran ist. Das heißt, derjenige wird dann, jemand, der beziehungsfähig ist, wird das als sehr einladend empfinden und sofort mitmachen und jemand, für den das zu viel ist, der wird sich entfernen oder vielleicht eher wütend reagieren und dann entfernen. Man weiß sofort, was Sache ist. Das ist sehr effizient. Aber man kann auch vorsichtiger vorgehen und erst mal abfragen, hast du Lust, dass wir uns ehrlich austauschen, wenn man sich ein bisschen kennengelernt hat. Sollen wir uns nicht mehr mal unsere Gefühle mitteilen? Das kann man wie so stufenweise machen und dann wird ab irgendeiner Stelle, wird dann der andere sozusagen eine Distanzierung vornehmen, wenn er da nicht mitgehen kann. Das ist dann nicht so, dann kriegt man die Wahrheit nicht so direkt präsentiert. Aber dann hat man halt vielleicht auch ein bisschen Zeit verschwendet mit jemandem, der, wo dann erst nach zwei Wochen rauskommt, und der ist überhaupt nicht beziehungsfähig. Ja, und der hat auch gar kein Interesse vielleicht da dran. Das kann jeder für sich selber entscheiden, aber das Direkteste, mit der Welt umzugehen, ist die Wahrheit zu sagen. Ja, und das sind wir halt auch wiederum nicht gewöhnt. Da ist das Ego, das hat Angst, dass wieder was passiert, was in der Kindheit passiert ist. Zum Beispiel das, was du jetzt gesagt hast, ist einfach eine Projektion des kindlichen Beziehungsgefüges und dass dann angeblich was Schlimmes passiert, wenn der mich sofort verlässt und so weiter. Das ist ein ganzes Universum da hinten dran. Und mit dem ehrlichen Mitteil löst sich das alles auf. Und dann tauchen auch nur noch Menschen auf, die auf dieser Ebene eben sich bewegen können, weil man hat überhaupt keine Resonanz mehr zu Menschen, die nur in Pseudo-Bewegungen da sich unterwegs sind. Die tauchen einfach nicht mehr auf. Also die verlassen das Feld automatisch. Also ich war selber erstaunt, wie viele Freunde mich dann verlassen haben. Ich wollte das gar nicht. Die haben sich von allein verabschiedet. In dem Moment, wo man wirklich zur Wahrheit steht, tauchen nur noch Menschen auf, denen das ähnlich geht, die das auch wollen. Und das hat nichts mit einer Belastung oder Schuldaufladen zu tun, weil der andere Mensch ist ein Erwachsener und der kann genauso sagen, was in ihm los ist. Und wenn es so ist, der sagt dann einfach, im Kopf ist jetzt die Idee, dass ich jetzt irgendwas machen muss, damit das nicht so ist. Oder ich fühle schuld. Wir müssen nichts machen oder ändern, sondern es geht nur um diesen Austausch. Der Austausch an sich ist die Lösung. Egal, was da ausgetauscht wird, ob es Wut, Hass, Schuld, Angst, der Inhalt ist völlig egal. In einer Partnerschaft oder in einer Freundschaft stelle ich mir das handelbar vor. Kann ich mir gut vorstellen und ich kann auch gerne auf Menschen verzichten, die es nicht können oder vielleicht bin ich selber jemand, der es nicht kann, aber ich bin ja gerade dabei, das lernen zu wollen. Aber wie ist es denn im Alltag? Also zum Beispiel im Kollegenkreis. Ich habe selber die Erfahrung gemacht, in einem System zu arbeiten, wo Menschen unehrlich sind, wo eine Scheinwelt existiert, wo Neid und Mobbing und Missgunst praktiziert wird. und das hat man ganz oft in großen Unternehmen, wo Konferenzen stattfinden, wo es einfach schon grundsätzlich nicht ehrlich zugeht, weil jeder nur an sich denkt, wie kommt man denn da klar oder wie könnte man denn da vielleicht ehrliches Mitteilen praktizieren? Ich würde nie in so einem Umfeld arbeiten. Ich würde sofort kündigen. Habe ich ja auch nicht mehr. Ja, das hängt mit zusammen. Wenn ich nicht beziehungsfähig bin, dann muss ich natürlich auch in einem Arbeitsumfeld mich bewegen, was den gleichen, was die gleiche, was den gleichen Distanzierungsmechanismus am Laufen hat, den ich schon als Kind erlebt habe. Es gibt absolut keinen Grund, sich in Strukturen und Umgebungen zu bewegen, die keinen ehrlichen Austausch beinhalten. Warum sollte ich mir das antun? Das tue ich mir nur an, solange ich den vollständigen Austausch am Leben nicht etabliert habe, weil ich habe sonst nichts. Also wenn ich zum Beispiel Opfer, die Opferdynamik habe und mir keine Täter suche, suchen würde, dann wäre ich plötzlich ganz allein. Das wäre noch schlimmer für das Nervensystem. Also komplett Trennung ist immer schlimmer als eine destruktive Dynamik. Und es gibt keinen Grund, sich in solchem Umfeld zu bewegen. Absolut nicht. Also würde ich sofort rausgehen. Und das ehrliche Mitteilen oder das, was wir brauchen, ist eine einzige Beziehung, die sich vertieft. Wir brauchen nicht viele, sondern wir brauchen eine. Die müssen wir aber bis zum Ende vertiefen. Das ist die Transformation. Komme ich gleich zu. Wenn wir das verteilen, auch viele, dann können wir diese Nähe nicht herstellen, weil das verteilt ist. Und dann kommt auch nicht alles zum Vorschein, was wir für die Transformation eben mitteilen müssen. Das heißt, wir müssen uns auf eine Beziehung konzentrieren und da die ganze Energie investieren, um den ehrlichen Austausch bis zum Ende zu machen. Und das kostet sehr viel Energie, weil wir gegen unser Abwehrsystem vorgehen müssen, weil uns das davon abbringen wird. Das kostet sehr viel Energie. Das ist ein sehr schwieriger Prozess. Und wir brauchen das aber nur in einer einzigen Konstellation. Und im Alltag geht es überhaupt nicht um ehrliches Mitteilen, sondern geht es um Selbstschutz. Am Arbeitsplatz geht es um Selbstschutz. Bei Behörden überall in der Öffentlichkeit geht es im Wesentlichen in der Gesellschaft, in der wir hier leben, geht es um Selbstschutz. Und wir können uns dann da auch abgrenzen und schützen, weil wir eben die nähernde Beziehung haben. Wenn wir die aber nicht haben, dann kommen die Ideen, ja, wie soll ich das überall machen? Dann wird versucht, eine Handlungsschablone über alle Situationen drüber zu legen. Das ist einfach ganz typisch. Wenn man diese Kapazität nicht entwickelt hat, dann versucht man, das gleiche Problem überall lösen zu wollen mit einer Schablone. Aber wir können nicht mit einer Schablone in Beziehung treten, weil Beziehung bedeutet ja immer, wir reagieren auf ein konkretes Gegenüber, wie das ist. Und wenn es unsicher ist, dann müssen wir uns schützen. Wenn es aber offen ist für Kontakt, dann können wir mehr und mehr mitteilen. So, und wenn wir jetzt, und was dann passieren kann, ist, wenn ich das sage, dann reagiert das Abwehrsystem und sagt, ja, was ist, wenn ich niemanden habe oder niemanden finde? Das ist das, wie das System reagiert. Das behauptet, es wäre alles wie in der Kindheit. Dabei stimmt das alles gar nicht mehr. Als Kind waren wir von singulären Personen abhängig. Jetzt sind wir erwachsen. Wir haben ein ganzes Planet zur Verfügung mit circa, ich weiß nicht, sieben, acht Milliarden Menschen. Wir sind nicht alleine. In jeder nächsten Stadt finden wir Millionen von Menschen. Die sind überall. Das System trickst uns aus. Das will uns vorgaukeln. Wir sind immer noch in der Kindheit. Also angenommen, ich bin eine Person, die halt keinen Partner hat, die vielleicht kein besonders offenes, ehrliches Verhältnis zu den Eltern hat und der Freundeskreis ist auch vielleicht eher oberflächlich. Wie kann ich dann ehrliches Mitteilen erlernen? Gut, in den lokalen Gruppen vielleicht, aber vielleicht, ja, wie fange ich dann an? Wir können nur mit den Menschen den Kontakt vertiefen, die da sind. Also fangen wir mit diesen Menschen an. Es gibt keinen Weg drumherum. Die Menschen, die auftauchen, mit denen müssen wir den Kontakt vertiefen. Und dann kann sich zeigen, die wollen das nicht, die trennen sich, die werden wütend, dann trenne ich mich. Dann fällt das alles wie weg. Aber wir haben Resonanz erzeugt in unserem System für mehr Kontakt. Und dann werden früher oder später andere Menschen auftauchen, die mehr Kontakt ermöglichen. Dann machen wir mit denen weiter, bis eben wir einen Menschen finden, der überhaupt nicht mehr weg will und nicht mehr weg muss, mit dem wir das bis zum Ende machen können. Und das ist dann sozusagen, daraus entwickelt sich dann die Partnerschaft. Aber wir können nicht an den Menschen, die jetzt da sind, vorbei. Das geht nicht. Das ist unmöglich. Weil dann sind wir im Kopf. Zum Beispiel, wenn jemand sagt, ja, ich kenne nur ein paar Leute, die mag ich eigentlich nicht so. Ich hätte gerne einen Traumpartner. Wenn wir uns einen Traumpartner wünschen, weil die Menschen, die jetzt in unserem Leben sind, weil wir die als monströs erleben oder langweilig oder wie auch immer negativ, dann bin ich raus aus dem Spiel. Dann bin ich im Kopf. Da ist nichts. Da bewegt sich. Ich kann dann Filme gucken und träumen von dem Traumpartner. Währenddessen passiert nichts. Ich muss also damit aufhören und mit den Menschen, die jetzt da sind, anfangen, den Kontakt zu vertiefen. Und das kann je nach Traumatisierung einem so erscheinen, dass ich mit einem Monster in Kontakt treten muss. Es geht nicht anders. Es geht nicht anders, weil sonst niemand da ist. Also muss ich anfangen, mehr von mir zu sagen. Das ist Kontaktvertiefung. Und dann kann es sein, dass das wie in der Kindheit ausgeht, mit Trennung oder mit Konflikten und so weiter. Das nützt nichts. Wir müssen das machen und dadurch, wie durch die Hölle nochmal durch. Und aber wir kommen da raus. Also das ist wie, das sind Gesetze, die wirken wie, das ist wie Mathematik. Das ist absolut präzise. Wenn ich das so mache und mehr Resonanz erschaffe durch mehr Kontakt, dann reagiert das Universum automatisch. Und andersrum, um das Beispiel auch noch zu nennen, ist in dieser Konfiguration, wenn das Universum mir diesen Traumprinz reinbringen würde, das würde derjenige überhaupt nicht aushalten. Das heißt, er würde dann selber sich distanzieren und trennen und Konflikte, was auch immer. Der würde das nicht aushalten. Ich muss also durch die Dämonen durch, bis ich die Kapazität überhaupt habe, mit diesem Partner das überhaupt auszuhalten, diese Form von Nähe. Weil je mehr Nähe ich habe, desto mehr Material wird aufgeschwemmt. Und das muss dann wieder durchgelassen werden. Und das ist ein Prozess. Das geht nicht einfach so. Ich habe ja bisher immer gedacht, wenn man selber verletzt ist, wenn man vielleicht verschiedene Schicksalsschläge hat oder Trennung oder irgendwie mit den Eltern Probleme, ist vielleicht das Beste. Man zieht sich mal eine Weile zurück. Das machen ja auch viele, gehen in ein Kloster oder meditieren oder gehen mal in den Wald eine Weile. Ich fand das bisher auch eine gute Idee. Ich habe mich selber auch gerade zurückgezogen und praktiziere Vipassana. Und ich denke, für mich ist das ein schöner Weg, zur Ruhe zu kommen, den Kopf ruhig zu kriegen und dann vielleicht wieder in eine Kraft zu kommen und in eine nächste Begegnung gehen zu können. Bei dir lese ich, dass das gar nicht der richtige Weg ist. Also, dass Spiritualität, dass das eine Flucht ist, das fand ich interessant, diesen Aspekt, das mal so zu sehen und dass man eigentlich erst in die Stille gehen sollte, wenn man eigentlich aufgeräumt ist und ruhig im Kopf schon ist. Es gibt überhaupt keinen Grund, in irgendwelche Stillen zu gehen. Es gibt überhaupt keinen Grund, von den Menschen wegzugehen. Wir gehen nur von den Menschen weg, wenn wir es nicht schaffen, das, was in uns ist, mitzuteilen. Und das ist einfach, wir stellen Distanz her, um das System zu stabilisieren, weil wir die Kapazität nicht haben, das, was da ist, zu kommunizieren. Also ist das so ein Hin und Her. Dann gehe ich weg, dann versuche ich es wieder, dann gehe ich wieder weg. Es gibt keinen Grund, wegzugehen, wenn ich sagen kann, was hier los ist. Wenn ich sagen kann, ich fühle mich traurig, wenn ich sagen kann, ich fühle große Wut, gibt es keinen Drang, in die Isolation zu gehen. Das gibt es einfach nicht, weil das Nervensthema ist Isolation der Tod. Aus Sicht der Evolution, aus Sicht der Biologie, wenn wir aus dem Rudel rausfallen, früher wären wir gestorben. Und das ist für unser Organismus einfach nicht gut. Wenn das jetzt sozusagen für dich nicht anders geht, dann ist das ja auch in Ordnung. Du erzeugst Distanz, dann kommt sozusagen das System wieder online und dann machst du wieder einen Versuch mit Kontakt. Nur wenn das eigentlich nicht adressiert wird, dann geht das immer so weiter. Beziehungsversuch, Katastrophe, Schmerz, Distanzierung, Trennung, dann wieder ein Versuch, dann geht das immer so hin und her. Ich sage dir einfach, das Ganze hört in dem Moment auf, wo wir anfangen, die Wahrheit zu sagen, wo wir sagen, was los ist. Und dann müssen wir weder angreifen, noch uns distanzieren, noch uns betäuben und auch nicht manipulieren. Das sind die vier Möglichkeiten von Defensivreaktionen. Dein Buch heißt ja der Vagus-Schlüssel zur Trauma-Heilung. Was ist denn der Vagus-Schlüssel? Also der Vagus ist ja ein Vagus-Nerv, ein Nerv, der sich durch den Körper zieht. Da gibt es auch die Vagus-Meditationen und Übungen und alles. Aber was verstehst du als Vagus-Schlüssel? Ja genau, die Vagus-Meditationen und all diese vielen Vagus-Übungen, die wir jetzt haben, das ist wieder die Illusion. Da wird also den Menschen implizit gesagt, es gäbe eine Lösung ohne Beziehungskontext. Ich muss nur einfach diesen Strang irgendwie aktivieren mit irgendwelchen Übungen. Dann ist die Welt in Ordnung. Das ist alles nicht die Wahrheit. Das stimmt alles nicht. Natürlich sind Vagus-Übungen besser als Drogen zu nehmen. Aber es löst das Problem nicht, weil das Problem nur auf Bindungsebene ist. Und was da ist, ist, dass eben die Kapazität nicht vorhanden ist, die Emotionen bis zum Grund mitzuteilen. Also versuche ich ihn wieder in der Isolation. Ich mache dann nicht Meditation, sondern ich mache Vagus-Übungen. Aber ich arbeite wieder in der Isolation. Und so werden wir ständig von der Lösung abgelenkt. Auch so gut das gemeint ist. Und wie gesagt, es ist ja besser als Drogen zu nehmen. Es ist ein Weg in die richtige Richtung. Aber solange der Bindungskontext nicht aktualisiert wird, ändert sich nichts grundlegend. Weil wenn ich die Vagus-Übungen mache, dann geht es mir gut. Dann kommt mein Partner nach Hause und es stinkt sauer und beschwert sich. Und dann werde ich wieder angetriggert. Und dann bewegt sich der Körper wieder in den Stress rein. Dann muss ich wieder Vagus-Übungen machen. Und so in diesem Wahnsinn bewegen wir uns. Der Vagus-Schlüssel für mich ist eben die Beschreibung des ehrlichen Mitteilens, dass wir es schaffen, mit dieser Anleitung an unserem Abwehrsystem in einen vollständigen Kontakt zu gehen. Das löst den Kern des Leidens auf, weil der eben auf der Bindungsebene ist. Und das hat zur Folge, dass der Vagus anspringt und der Körper und das Autonomische Nervensystem in die Regulation kommen. Das ist der Vagus-Schlüssel. Das hat nichts mit Übungen an dem körperlichen Aspekt direkt zu tun. Überhaupt nichts. Aber wir haben das Vagus-Schlüssel genannt, einfach um das eben auch mit reinzubringen. Es geht um diesen Vagus für den Körper. Für den Körper geht es nur um diesen Vagus. Aber ich kriege das nicht direkt hin. Es heißt ja auch autonomes Nervensystem. Ich muss indirekt die Ursache adressieren, warum der eben nicht anspringt. Das wäre wie so, wenn das Auto, wenn es raucht, der Motor ist irgendein Schaden, es raucht, und ich versuche jetzt ständig, den Rauch einzufangen. Der Motor wird nicht repariert, der Rauch wird eingefangen. Das ist das, wenn man Vagusübungen isoliert macht. Wenn man ein bisschen über dich recherchiert, und das kann man ja, es gibt ja schon eine Menge Interviews, auch bei uns, bei Neuer Horizonte mit Götz Wittneben, da hast du deine Biografie auch ein bisschen noch erzählt. Du hast ja selber, weiß ich nicht, 30 Jahre lang Therapien gemacht. Wie bist du denn selber auf dieses ehrliche Mitteilen gekommen? Also wie hast du denn den Vagus-Schlüssel gefunden und gesagt, das ist es jetzt und das gebe ich jetzt weiter? Ja, das ist eine komplizierte Geschichte. Einerseits habe ich in meiner Partnerschaft das Problem gehabt, dass ich mich immer zurückziehen wollte oder musste und irgendwie, ich habe einfach überlegt, ich habe dann irgendwann es mal geschafft, das auszusprechen. Also statt immer ausreden, du, ich habe jetzt noch einen Termin und ich muss weg und dann die Woche und dann kann ich nicht. Aber habe ich irgendwann das geschafft, das mal auszusprechen? Du, jetzt kommt schon wieder, ich habe jetzt schon wieder das Gefühl, ich muss weg, ja. Und da hat was in meinem Steam-Click gemacht. Weil da gab es eine Erleichterung und dieser Druck des Auszugehens ist dann weggefahren. Und ich habe dann im Laufe der Zeit auch meditiert und gebetet, unabhängig davon, einfach nach einer Lösung für diese Gesellschaft, für die Menschen, dass die sich helfen können, ohne Therapeuten, weil wir, dieses Modell Therapeut-Client funktioniert einfach nicht. Wir kriegen nicht genug Therapeuten. Niemals. Dieses Modell funktioniert nicht für diesen Planeten. Wir brauchen für diesen Planeten ein Modell, wo sich Menschen miteinander ohne Spezialist transformieren können. Und da habe ich lange, über Monate meditiert und gebetet und dann ist das als Gesamtpaket in so einem Download in meinem Geist erschienen. Dann habe ich das einfach in die Welt gebracht. So wie in viele Videos. Das ist im Prinzip alles nur gechannelt. Und das Lustige ist ja, ich habe da schon Vorträge gehalten und so weiter. Da gab es schon über 100 Gruppen und ich habe das selber noch nie erfahren. Also so ist das halt, wenn man das bekommt, dann bekommt man wie auch den Ergebnisraum dazu. Das ist dann so, als hätte man das alles schon erfahren. Deswegen kann man dann auch darüber referieren und auch Seminare halten. Aber ich habe dann irgendwann hat mich jemand eingeladen, du gesagt, mach doch selber mal mit. Und dann habe ich selber mitgemacht, ich war völlig verplüfft von der Wirkung. Da wusste ich, ja, es ist genau so, wie es runtergeladen wurde, wie ich es verbreitet habe. Es ist genau so und so wirkt es auch. Und so hat sich das nun weiter verbreitet. Eigentlich braucht es ja nur Mut, oder? Also der Wille, sich ehrlich mitzuteilen, ist bestimmt bei vielen da. Aber den Schritt zu wagen, es geht ja, wenn ich jetzt bei mir sehe, meine Nachbarin, da gibt es auch Sachen, die mich triggern, wo ich mich hier in meiner Wohnung aufrege über bestimmte Dinge, aber ich traue mich halt nicht, das anzusprechen. Ist ja auch noch sicher, Nachbarin. Nachbarin ist nicht sicher. Es geht immer darum, dass wir in einem sicheren Kontext damit beginnen, weil wenn wir Dinge von uns mitteilen, die aus der Kindheit stammen und wir kriegen wieder eine negative Reaktion, dann ist das zwar keine Redromatisierung, aber das ist nicht förderlich. Dann wird es noch schwieriger. Deswegen müssen wir vorsichtig sein und uns einen sicheren, einen sicheren Rahmen suchen. Und sicher sind immer Menschen, die ebenfalls ein Interesse an einer Beziehungsvertiefung haben, wo wir das wissen. Und das müssen wir im Saal zwar vorher abklären. Partner, Freunde, Therapeut, das müssen wir abklären. Hast du Lust und die Bereitschaft, dich tiefer auszutauschen? Und dann können wir anfangen. Und es hat, wie gesagt, es hat nichts mit Mut zu tun. Wir brauchen keinen Mut. Es geht nicht darum, die Grenzen zu überschreiten. Das sind alles diese Konzepte vom Kopf. Es muss nichts ändern. Es ist zum Beispiel die einfachste Variante des ehrlichen Mitteilens, die funktioniert und korrekt wäre, in meinem Kopf ist der Gedanke, ich möchte nichts von mir mitteilen. Würde funktionieren. Das stellt Kontakt her, obwohl ich eine riesige Grenze habe, eine riesige Mauer, aber das macht nichts. Diese riesige Mauer stört den Kontakt nicht, wenn wir das so kommunizieren. Und wenn ich jetzt versuche, irgendwie drüber zu kommen, dadurch mich durchzuzwingen, dann bin ich wieder nicht bei dem, was in mir ist. Also ehrliches Mitteilen heißt auch, die Grenzen zu wahren und dann zu kommunizieren. Was macht denn eigentlich dann die andere Seite? Also wir haben zwei Menschen, meinetwegen, die verabreden sich, vielleicht eine Freundin oder eben es ist der Partner und die setzen sich hin und praktizieren ehrliches Mitteilen. Der eine erzählt, wie er sich fühlt, was er spürt. Was macht der andere? Aktives Zuhören oder fragt nach? Keine Kommentare, keine Fragen, es ist kein Dialog. Es ist immer nur Mitteilen und Zuhören. Und zwar nicht hin und her, sondern ein bestimmtes Zeitfenster kann man vereinbaren, zum Beispiel fünf Minuten teilt jemanden sich mit, so wie wir es gemacht haben und der andere hört nur zu. Es gibt keine Reaktionen, keine Kommentare, auch danach nicht, überhaupt nicht. Und dann wechselt das und dann teilt der andere sich mit und der andere hört zu. Und das bringt uns in Kontakt und jeder, der das schon mal erlebt hat, also die Leute, die sind ja aus dem Häuschen, wenn die das zum ersten Mal erfahren und was das dann auch mit dem Körper macht, die flippen aus, weil wir haben das nicht mehr, diese Verbindung. Und das, aber das stellt die Verbindung her. Und warum? Weil dann wirklich Informationen fließen. Das ist der Grund. Wenn ich zuhöre wirklich und der andere wirklich was erzählt von sich, fließen Informationen. Das heißt, es kommt zu einer Verbindung. Wenn der andere Geschichten erzählt, die jemanden interessiert und der andere denkt schon an seine eigenen Geschichten, die er erzählen will, gibt es keine Verbindung und dann passiert nichts. Ja, wir haben viel erzählt, aber viel ist auch nur angerissen. Also ich bin trotzdem dankbar für das Gespräch und vielleicht haben wir ja zumindest Zuschauer neugierig gemacht. Es gibt das Buch, es gibt von dir sehr, sehr viele Videos. Du machst auch noch, also begleitest ja die Gruppen, die man finden kann, wo man es üben kann. Ich schaue mal, ob es hier auch eine Gruppe gibt. Ich habe schon eine Freundin, die gefragt hat, ob ich das machen möchte. So bin ich ja auf dich gekommen. Ja, ich würde vielleicht an dieser Stelle das Gespräch zum Ende bringen wollen. Hast du noch einen Wunsch oder eine Information für unsere Zuschauer? Ja, wenn du betroffen bist davon von Isolation oder Leiden, warum das in Beziehungen nicht stattfindet oder schwierig ist und so weiter, es ist wichtig, nicht aufzugeben, auch wenn sich das aussichtslos anfühlt. Es fühlt sich, je mehr man traumatisiert ist, desto aussichtsloser fühlt es sich an jemals etwas Schönes im Kontakt in einer Beziehung erleben zu können. Und das ist eine Lüge des Nervensystems. Das stimmt heute nicht mehr. Es geht darum, in jedem Fall nicht aufzugeben und das bis zum Ende durchzuziehen. Dieser Versuch, mit den Menschen der Welt in Kontakt zu kommen, das wird vom Erfolg gekrönt sein, wenn man nicht aufgibt. Und das war bei mir so und ich sehe es bei anderen auch, das führt zum Ziel, da wo wir hinwollen. Das führt zur Erfüllung. Ja, dann danke ich erstmal für das Gespräch. Danke dir.